Schon wieder kleine Immeralgen. Das wird ja immer besser hier. So, wir fallen dem natürlich wieder in den Rücken. Schon wieder kleiner Saphir. So, Froschi hat Gesundheit behalten. Hol die Dinger vom Himmel. So, inventartechnisch muss ich natürlich jetzt wieder den Egel platt machen. So. Hm. Ob ich das hier so wollte, ich weiß es noch nicht. So, wir gehen wieder da hoch. Einfach, weil ich natürlich auf der anderen Seite raus will. So, hier geht's runter. Da machen wir wieder das Fassblatt. Weil ich jetzt immer noch nicht weiß... Da oben war einfach nur Ding, ne? So, weil ich da immer noch nicht weiß, wo denn jetzt genau dieser Potency... Ähm... Ach, der war am Anfang, ne? Der war ja relativ am Anfang von dieser ganzen Aktion. Dann gehen wir doch wieder hierher zurück. Und sagen da drüben... Äh, wieso hüpfe ich hier eigentlich so kacke? So, und sagen hier drüben, geh durch die Tür. So, renne hier hoch und geh bitte wieder an den Anfang. Und dann gehen wir ein Stück zurück und dann müssten wir ja eigentlich den... Hm. Okay. Inventar. Holen wir uns die Pflanze. Dreh dich bitte wieder um. Ich will dir in den Rücken fallen. Dann könnte ich doch eigentlich mal sagen... Ausrüsten. Na ja, gut. Besser als das Schwert ist es jetzt auch nicht unbedingt. So. Gehen wir wieder auf das Schwert. Und fallen ihm dann hier in den Rücken. Er muss sich nur umdrehen. So. Äh, hier. Gedönse und da durch und dann hier rüber. Dann geht's doch hier runter, glaube ich, ne? Es dürfte nur da runter gehen. Ja. Komm ich außen rum lang? Ne, tue ich nicht. Also muss ich da lang. So, dann geht's hier lang. Wir gehen mal auf den Knüppel. So. Zack, zack, zack. Hier geht's wieder zurück. Ähm. Schwert. So, stirb. Und stirb. Kleiner Emerald. So, das Ding kommt runter. Ich bin hier da und du bist hinüber. So. Was mich jetzt natürlich interessiert ist, ob ich die Blutegel hierher bringen muss selber. Oder ob ich die auf magische, ich glaube, ich muss sie wirklich selber anschaffen. So. Ich darf nicht gesehen werden, hat's geheißen. Ich darf nicht gesehen werden. Ich werd mal die Pflanze hier weg tun. Einfach zur Sicherheit. Ich darf sie umbringen. Was ist denn hier? Ich darf sie umbringen. So. So. Den muss ich von hinten umbringen, natürlich. Ich darf ja nicht gesehen werden, sonst werden die ja alle wach und bewacht und überhaupt und sowieso. So. Das ist natürlich sehr ätzend. Ich denk nämlich wirklich, ich muss die Blutegel selber mit mir rumtragen. Das heißt, ich muss hier mehrmals rein. So. Da schläft niemand. Da schläft niemand. Ich brauche mindestens acht Leechs, um seinen Schmuck zu entfernen. Oh, das habe ich nämlich befürchtet. Ich muss jetzt erstmal Blutegel holen. Dann muss ich diesen ganzen Quatsch nochmal machen. Okay. Okay. So. Das heißt, wir dürfen jetzt hier erstmal in die Kanalisation. Kanalisation. Ähm. Okay. Okay. Hier. Kanalisation. Ich könnte auch ganz an den Anfang der Kanalisation gehen übrigens. Ne, 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 ne. Das machen wir anders. So. Gehen wir wieder runter. Ich denke, wir gehen wirklich an den Anfang der Kanalisation. Weil es da ganz am Anfang eben... So. Und dann nehmen wir erstmal nur einen mit. Kanalisation. Anfangen müsste da sein, ne? Da. Da, genau. Da, genau. So. Dann nehmen wir erstmal nur einen mit und schauen mal, äh, ob das irgendwas bringt. Dann dürfen wir halt 17 Mal hin und her laufen. Eine sehr spannende Aufgabe. Aber wenigstens eine Aufgabe. So. So. So, jetzt habe ich schon mal zwei. Das heißt, wir gehen wieder da hoch. Dann laufen wir hier durch die Tür. Dann laufen wir da lang. Dann laufen wir dort lang. Und dann werden auf magische Art und Weise wieder alle Kreaturen da sein. So. Natürlich. Ganz magisch und unerwartet. So. Rennen wir hier schnell wieder zurück. Weg. So. Da geht's wieder runter. Da geht's rüber. Ach, wie überraschend. So. Wir heilen uns mal kurz ein bisschen. Pfff. Auch sehr überraschend. So. Und dann hier rüber. Da hoch. Darüber. Gehen durch die Tür. Wir heilen uns mal kurz wieder. So. Dann brauche ich mal kurz im Inventar. Zack. Ich nehme die doch wieder die Pflanze. Bam. Bam. Rufe. So. Dann brauche ich mal kurz im Inventar. So. Ich brauche ca. 8 Leechs, um seinen Schmerzen zu entfernen. Also muss ich wirklich mit 8 Egeln rumlaufen. Das ist ja echt bitter, ey. Na gut. Solange es nicht die Fledermaus-Dinger sein müssen, ist alles in Ordnung. Weil die natürlich echt bitter wären. Die wären so richtig bitter. So. Wie viel habe ich denn? Zack. Zack. Ich krieg zwei Punkte permanent. So. Inventar. Das heißt, es sind zwei. Habe ich überhaupt noch 8 Platz? Ja, ja. 8 Platz habe ich. Das ist okay. Okay. Gut. Dann. Gehen wir doch da runter. Und. Darüber. So. Haben wir jetzt drei. Tum. 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 Weil die Pflanze in dem Zusammenhang mich natürlich heilt... ...sobald sie geheilt ist... Ja los, komm zurück! Das ist schon mal ein guter Ansatz. Aber die zieht natürlich trotzdem bitter, ey. Die Egel, die ziehen echt gewaltig. Das ist echt der Hammer. Ah, okay. Die bringen sie also wirklich nicht um. Der zieht den Gesundheit, aber der bringt sie nicht um. So. Wunderbar. 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 Und... Ach komm, machen wir mal Feuer. Was soll das? Äh... Feuer. Zielen! Feuer! So. Gut, da geht's lang. Es sind immer noch vier. Feuer! Okay, okay. Okay, okay. Da ist Gesundheit. Okay, okay. Tak, tak, tak. Da ist Gesundheit. Das ist gut.